Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Taubosen, ja, scheiße, scheiße. Ihr fangt schon so an direkt. Hört man uns gut oder ist Musik zu laut? Was sagt ihr? Nathan hat echt Drip. Yo, Nathan heute wild unterwegs. Es geht bei euch. Wir sind hier gerade mit ein paar Freundinnen. Und mein Freund Alain natürlich im Hintergrund. Heute wird gegrillt. Wir haben den Grillmeister. Sagen wir was. Ja, hier bist du selber, denke ich. Heute werden keine halben Sachen gemacht. Mann, ey. Ich bin auch meine Kinder. Ich hab auch welche bekommen. Die kriegen Stromschläge, die haben ein bisschen Angst davor. Ich verstehe das nicht, aber ihr macht das schon. Du bist wegen Laptop, ne? Nein, weil du bist geladen, Digga. Du lädst. Nathan hat das Pikachu, glaube ich. Das ist der Grill, Leute, der angeschmissen wird. Ich bin gespannt. Was haben wir hier? Mach mal auf, mach mal auf, mach mal auf. Nein, nein. Du hast doch schon gesagt, oh, ich hab das noch gehört. Ich fahr auf sowas nicht rein. Was haben wir hier? Heute Brutzler. Ich hab das Dings, ne? Die Käse, Bruder. Boah, das ist voll eklig Geschirr, Digga. Das Geflügelbärnerwisschen mit M-Taler umwickeln, mit gepökelten Fleischstücken. Ja, muss ja erst mal probieren. Was haben wir noch? Das ist geil, das kennt man halt, ne? Fränkische Rossmann, wird das immer gut, Digga, sag ich euch ehrlich. Ich kann auf jeden Fall nicht warten. Darts. Habt ihr Hunger? Warte kurz mal im Weitwinkel. Hähnchen, Hähnchen, Minus, keine Schnitzel, Schnoblauch, Pfeffer, keine Ahnung, Digga. Äh, Hähnchen, Innbrust, äh, Filet, Spingswurst. Okay, Chilli, das ist auf jeden Fall. Zeig mal, wir sind schon bei knapp 200 Grad. Knapp 200 Grad, Digga. You know the vibes, man, you bitch. So, besser nicht aufmachen. Ja man, also noch nicht. Einmal für den Vibe. Okay, ja, kann man auf jeden Fall drauf kreieren. Ich bin gespannt. Das ist immer kein Spaß, Digga, ich bin da, Digga. Hi, da ist Melina. Melina auch da, natürlich, also das ist super gemacht. Kann man auch hallo sein, aber okay. Sie hat nett geguckt. Was haben wir hier? Zucchini, Paprika, Mais. Ja. Und was noch? Und Zwiebeln. Oh, oh. Also ich bin kein Zwiebel-Fan, aber man kann ja heute mal ein bisschen essen, auch ohne Zwiebel. Hier steht eine Hand, Digga, Junge. Er zittert einfach, Junge. Was für ein Kind, Alter. Der Unterschied zwischen den richtigen Männern und Kids. Ist er nicht warm? Doch, es ist warm. Ich höre null warm. Meinungen zum Drake-Album? Bruder, Drake-Album nicht gehört, aber die Leute haben das auf jeden Fall richtig gehatet, Digga, ehrlich. Rüsi-Album gar nicht gehört, ne. Die Leute haben das aber auseinander genommen, ne. Boah. Muss ich auch sagen. Die Leute haben das auch auseinandergenommen. Ich hab Abteilungen bekommen, das zu hören. Ich höre. Ja, ja. Ich hab auch Abteilungen bekommen. Ich hab nur den Song mit 21 Sandwich bis jetzt gehört. Das ist so Kaufhausmusik und so, Digga, ja. Ja. Er hat auch über Haus gerappt und solche Sachen, Digga. Also, Drizzy? Momentan? Das weiß ich nicht. Dafür, dass er sowieso abgeliefert hat, letztes Jahrzehnt, kommt der nicht so gut rein, sag ich ehrlich. Da war C.A.B. besser und ich fand C.A.B. hatte viele gute Songs. Aber im Gegensatz zu Donder war für mich C.A.B. so, ne. Ich fand Donder zu stark, sag ich ehrlich. Ich kann euch mal ganz kurz die Leute hier vorstellen. Also, hier haben wir einmal Lisa. Sag mal Hi. Da ist Melina, habt ihr schon gesehen? Die hat einfach in die Kamera gelächelt, wie jetzt natürlich. Und da ist Patricia. Hallo. Und da ist Alaa. Alaa, Special Gäste. Alaa ist heute auch da. Alaa sagt, das geht ab. Special Gäste. Boah, jetzt ist warm, Digga. Jetzt ist langsam Zeit. Ja, ich glaub. Abo, was denn? Ich glaub, man kann langsam reingehen, Digga. Ich sag euch ehrlich. Ja, heute wird gegrillt. Also, ich hab auf jeden Fall richtig Bock auf Wurst. Boah, bei mir, ich bin so einer, ich esse so Wurst, ne. Beim Geld. Ich sag euch ehrlich. Macht auch Sinn. Ich mach keine Steaks. Ich mach keine dies, das. Ich bin Wurstesser. Steaks kann man auf jeden Fall auch. Aber ich sag euch, was ein Game Changer ist, ne. Und die Leute essen Geflügelwurste gehabt. Ihr Schaden, Digga. Seid mal ehrlich. Seht ihr das? Das ist Kunstrasen. Game Changer. Ich versteh nicht, wie man hier mit Schuhe checken kann. Oder mit Schlappen. Ich find das mega entspannt mit Socken, halt. Sag ich euch ehrlich. Ehrlich. Weil ich hab heute noch nichts gegessen. Alan und Nathan auch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei den Mädels aussieht. Aber wir machen jetzt ein kleines Interview. Lisa. Hast du heute schon gegessen? Nein. Schöne, ich hab heute auch nichts gegessen. Ich hab echt Hunger. Und du Melina? Also ich schon, ehrlich gesagt. Und Alan? Auch nichts gegessen. Habt ihr Hunger? Ja. Und seid ihr gespannt, was dieser Mann euch gleich bieten wird? Ja, ich bin. Oh ja. Ich kann kaum abwarten. Aber ich sag ehrlich. Ich hatte immer ein Jahr als Vegetarier. Guck mal. Michi war ein Jahr Vegetarier. Ich hab gegrillt, Digga. Der Mann war sofort überzeugt, dass er gegessen hat. Ich hab sofort gegessen. Das spricht doch für mich. Da fragt jemand im Chat nicht zu wenig Fleisch? Uh. Wir machen das schon. Ich glaube nicht, Alter. Nein. Danke für den Follow. Oh, Baguettes haben wir auch noch. Boah, Tina. Hi Tina, sag doch mal Hallo. Hallo. Das müssen wir auf den Grill legen. Diese Baguettes auf geht. Ich dachte, das sind so Knoblauch-Baguettes und so. Nein. Mit Oliven. Aber pass auf, weil die werden Dings. Die sind schon heiß, weil wir die im Ofen haben. Aber wir packen die noch auf den Grillen. Ach, wollt ihr die schön knusprig haben? Ja. Boah, das ist super, Alter. Ja, und ich bin einfach hier. Ihr seht, ich bin weder da noch auf der anderen Seite. Ich bin einfach hier zum, weiß nicht, unterhalten. Euch. Ey, wir gehen jetzt rein. Auch wenn ich keinen Chat sehe. Guck mal. Aber ich bin trotzdem noch. Irgendwann ist immer das erste Mal. Wir gehen rein. Warte, ich warf nochmal bei den Händen. Komm rein. Nein, Nathan, geht rein in den Grill. Du musst einmal kurz Hände waschen natürlich. Heute ist es so kalt. Kalt? Heute ist echt kalt, ey. Also hier ist echt bei uns eigentlich... Wie viel? Wie viel Grad haben wir? Wir haben es 28,5 Grad. Ich? Seht ihr mich? Ich bin ein T-Shirt. Ne? Ach, ich kann ganz kurz Outfit checken. Warte. Sieht man mich? Ey, das T-Shirt ist ein bisschen ausgewandelt. Ich glaube, wir müssen andersrum. Gegen die Sonne. Oder ey, überall sieht mein T-Shirt zu hell aus. Auf jeden Fall. Ich habe ein blaues T-Shirt an. Da sieht man... Was? Ist das grün? Ja, das ist Mint. Ja, das ist Mint. Okay, damit gehe ich mit. Aber das ist aber nicht grün, ne? Die Dame... Bitte? So, jetzt. Wir können Menschen. Nur meins ist ein bisschen mehr blau. Was machst du da? Ich habe kurz mein Outfit gezeigt. Machst aber. Digga, ich habe mein Outfit gezeigt. So, jetzt gehen wir rein. Jetzt gehen wir richtig rein, aber. Wieso ihr, ey? Wieso ihr? Ich habe nicht gesagt, ich bin Grillmeister. Er hat gesagt, er ist Grillmeister. Ich habe richtig Bock drauf, Digga. Ich sage dir ehrlich. Ja, das ist gut. Aber richtig. Wurst, Digga. Das ist meine Spezialität. Ich bin damit geboren, glaube ich. Und dann haben wir noch die Brötchen, die hier gleich reingemacht werden. Obwohl die schon im Ofen waren. Bin ich gespannt. Und ich glaube, das muss auch drauf. Sehr cool. Ich mag zwar keine Zwiebeln, aber manchmal so ganz, ganz selten gehen Zwiebeln. So, wir machen natürlich noch mehr drauf, ne? Das ist nicht alles. Na, das ist zum Beispiel gar keine Ahnung. Ich kann nur viel machen. Aber das, Digga? Auch nur drauflegen, ne? Ja, aber ich kann nicht garantiert, dass es krass ist bei mir, verstehst du? Ja, okay. Muss man natürlich gucken, aber ich denke, wir haben auch den einen oder anderen, der hier Augen hat und guckt, ob die durch sind oder nicht, ne? Ich schwöre, ich muss sagen, kannst du das auch eigentlich für dich anzufassen? Ich mag das gar nicht. Was für ein Grillmeister. Der Grillmeister hasst das Fleisch anzufassen. Boah, du musst auch mal singen. Oberteil. Ja. Alleine deswegen ist schon wieder alles sehr, sehr kritisch. Weiß Oberteil. Ja, weiß nicht. Boah, ich krieg das nicht auf. Ehrlich? Fahr mal eine der Damen. Ja, Junge. Du kennst mich nicht, Digga. Fahr mal eine der Damen, die machen das schon. Die kriegen das hin auf. Der Mann sucht jetzt so ein Ding da. Äh, Wender. Wender, Ding, keine Ahnung. Um die Brü... Äh, die... Um die... Wie heißt das? Um die... Wie heißt das auch mal? Die Würstchen. Ey, Ficke. Um die Würstchen zu braten. Äh, zu drehen. Genau, Grillzange. Der Tisch sieht so aus. Boah, wir haben Kerzen sogar, ne? Ja, romantisch. Oh, ein bisschen romantisch. Hier ist unsere Box, mit der wir Musik haben. Sympathisch. Es sieht bis jetzt so aus. Cool. Was der Mann auf den Grill gelegt hat. Ah, der Mann hat... Das ist das Ding. Boah, Digga. Manchmal sehen besser als Frank. Ich bin gespannt, wie das wird. Ja, chill doch mal. Er macht als erstes nur Würstchen, weil er mag nur Würstchen. Was siehst du? Er denkt... Alles auch den Geschmack, muss man sagen, ne? Er denkt, er ist nur für sich. Zu viel Potenzial in Nathan's Oberteil wird noch dreckig heute? Naja, zu 100. Garantiert. Alan auch Grillmeister geworden. Der hat gerade unterschrieben auf jeden Fall. Ähm, sind da Eier drinne? Nein, das sind keine Eier. Ey, wie kann man einen Nudelsalat und Eier machen? Ja, aber wir haben da auch keine Fleisch... Mann, ich hatte letztens diese Diskussion mit dir und ich so, ey, scheiße. Wie kannst du diesen Nudelsalat... Nein? Ehrlich? Ja. Boah, ich finde echte Nudelsalat und Kartoffelsalat ist Ei wirklich. Ein Kartoffelsalat... Habt ihr auch? Ne. Das wäre doch zu viel, Alter. Was denn? So viel essen wir gar nicht. Ihr habt uns richtig so zu Dings gemacht. Ihr dachtet, hier kommen 10 Leute, ne? Digga, also wir haben... Boah, haben die mich ein bisschen viel? Ich so, boah... Aber wir haben auch alle nichts gegessen, ne? Ja. Hast du gegessen? Ne. Doch, ich habe einen Avocadobrot gegessen. Echt? Ja, ein Avocadobrot, aber sonst auch nichts. Melina, hast du auch mal gekriegt? Hast du auch mal gekriegt? Wieso willst du jetzt auch? Ja, bitte. Nur Sprite? Trinkst du nicht, Tina? Doch, ich trink doch erst später. Ihr seid auch so eine Gruppe, die trinkt immer, ne? Zeig ihm bitte wieder ein. Also ehrlich, bitte? Nein. Er hat eine Schürze an. Boah, ich muss sofort... Ja, Mama, bitte erst zu und danach gehe ich dahin. Ich muss auf jeden Fall gleich die Schürze. Echt? Ja, aber ich meine, ihr seid so wie wir so. Ihr seid immer offen für trinken. Alle von euch. Nein! Ich dachte erst... Warte, ich komme jetzt, ich komme jetzt. Eine Sekunde, wir müssen jetzt den Mann mit der Schürze zeigen. So, dann haben wir den Grillmeister hier. Ja, okay. Ey. Der Mann hat eine Schürze an. Ganz ruhig. Ihr macht das jetzt, ey. Gemüse kommt jetzt. Zucchini, Mais, Tomaten... Ne. Zucchini, Mais, Paprika und Zwiebeln, ne? Genau. Sehr gut. Ich bin gespannt. Der Grillmeister hier... Bonnata hat jetzt so einen Ober-Tailer mit Grillmeister hier hinten. So einfach hier drüber, so Grillmeister. Ist ja so cool. Sollen wir das ein bisschen... Achso, ich habe schon runtergedrückt, ne? Alain natürlich da mit seinem Glas. Was ja auf jeden Fall Power gibt. Sie ist ne Bad Bitch. Keine Äthli. Keine Äthli. Nur meine Äthli. Voll schwer hier so ein gutes Licht zu finden. Hier, so ist gut. Ah, da seid ihr ja. Ah. Mir ist entspannt. Ähm... Tina war es auch mit Füßen. Ich kann Füße nicht aus. Kann ich aber meine Socken ausziehen? Weil ich bin eh schon nur mit Socken hier, ne? Ich weiß, sie hat alle safe Schlappen gemacht. Aber ich glaube, so schlimm wie Tina bei Ellenbogen ist, bin ich bei Füßen. Echt? Ja. Aber wir sind alle schlimm bei Füßen. Ja. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der am krassesten ist. Also alle sind schlimm. Echt? Also... Deswegen werde ich auch niemals vergessen, wie du deine Füße auf meine Beine gelegt hast. Füße ganz normal. Fast. Ganz normal. Einfach so. Ich war so im Schock, ne? Ich habe nicht mehr gesagt, pack die weg oder so. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, so Füße wird echt hochgekocht. Das ist doch... Ich glaube, das ist... Keine Ahnung. Ich glaube, wer hat damit angefangen? Weiß ich nicht. Nee, aber das ist gerade ein Stück Füße essen meine ich jetzt. Achso, ja. Genau. Deswegen ist das auch ein bisschen. Genau. Deswegen war das dann so ein großes Thema. Weißt du, was es auch nicht gibt? Bauchnabel. Bauchnabel? Geht auch nicht. Ich hatte einen ausgestreckten Bauchnabel. So einen rausgestreckten. Ey! Ehrlich, halt ich ehrlich als Kind. Musstest du dann operiert werden? Ja, mit 6. Ach krass. Ja, voll cool. Weißt du das noch so ungefähr? Ja, klar. Ich weiß das. Wie so ein Knopf. Der Mann hat sich verbrannt. Ey, Scheiße. Das sind solche Frauen, ne? Deswegen ist, ich mache das nicht, weil ich einfach... Nee, ich will lieber... Chin, links, rechts. Ich war noch nie beim Grillen und habe selber gegrillt. Ich bin einfach da. Alter, verbrennt sich hier nur, Digga. Wenn Sachen drehen und so, verbrennt sich. Oh, dann fass das mal an. Alles super. Warum willst du aber mit Hand drehen? Wolltest du Handschuhe anziehen? Ja, genau. Handschuhe. Junge, Junge, Junge. Patrizia... Patrizia ist besser als die beiden. Hast du gegessen? Ja, Mann. Probieren, Digga. Es geht wieder nach hinten los, Digga. Ach man, heute so anstrengend schon wieder in der Zugfahrt. Immer diese... Okay, wir wissen, da ist Maskenfläche. Okay, alles schön und gut. Wir ziehen unsere Masken an. Aber wir mussten laufen und ich musste laufen und ich so... Mann, ich laufe jetzt. Ich muss ein bisschen atmen und dann mache ich meine Ohrringe rein. Und während ich meine Ohrringe rein mache... Fragen die Leute mich schon eure Maske anziehen. Ich mache das doch gleich, aber chill doch mal. Ehrlich? Locker bleiben. Hier, guck mal, die können... Ich will den Überblick haben. Das ist sie. Ja, okay, aber man kann auch zumachen und dann alle paar Minuten gucken. Nein, ich bin so einer, Digga. Ich mache zu, ich vergesse die Zeit. Ibo, was sagst du? Der Mann ist ready, ne? Kann er nicht. Noch ein Drink. Ja, boah, das sieht schon krass aus. Zeig mal. Das sieht schon krass aus. Also von der einen Seite... Nein, nein, nein. Alan ist noch hier. Alan hat ein bisschen bessere Augen als du. Er kann das ein bisschen besser bewerten. Oder nicht, Alan? Er sieht das nicht so richtig. Ja, ja, deswegen. Warte. Michi, sag mal ehrlich, ne? Ach, dann sehe ich nicht wie diese Leute aus, die aus Kirmes arbeiten. Wer, Nathan? Ja, warte hier. Das ist rechts irgendwie bei alle. Guck mal, kurz. Einfach so von da. Boah, Nathan kann ich mir schon so vorstellen bei Kirmes. Das ist immer nur Oberkörper. Guck mal, die Kamera. Zeig ich mal. Der ist es. Halt die Musik auch ein bisschen. Das sind schon die fertigen. Lasst doch mal zeigen. Ja, zeig doch mal. Guck mal, wie das aussieht, Digga. Ich sag euch ehrlich, cool. Das sind die fertigen. Wie viele Kilowatt? 4.500 Kilometer. Chatter, sag dir, sehen die gut aus? Mit der Bombe aus. Ich schwöre. Alan sein Glas. Muss ich natürlich immer wieder erwähnen. Der nächste. Wann ist mein Glas heiß? 10 von 10 sagen die. Ja, das ist gut, Alter. Digga. Jungs, mach doch keine halben Sachen mal. Seid nicht krank. Bei Nathan sieht gut aus. Muss ich ehrlich sagen. Zeig uns lieber die Gäste, wenn du verstehst, was ich meine. Hab ich doch schon, ne? Ich zeig auch 10 mal. Aber da hat 21 Savage Land Part so gut. Hört ihr das? So gut, Alter. Ich war... Ich verstehe schon wieder. Nakai ist nicht da. Ibo ist da. Ibo, hast du gehört 21 Savage Land Part? Manchmal ist wirklich der Vibe, der macht es aus, wie und wann man einen Song hat. Wenn du den um 0 Uhr hattest, wäre das vielleicht ein bisschen so... Ich hab zwei Songs gehört vom Album. Zwei Superherr, sag ich euch ehrlich. Ich zeig mal Bizeps. Schwier mal ein bisschen. Mach das hier jetzt zu. Mach das hier jetzt zu. Mach das hier jetzt zu. Glaub mir, das sieht genauso aus wie vorher. Guck mal, die Würstchen. Auch Grillmeister. Mach das vernünftig. Mach das vernünftig. Boah, Digga. Boah. Mein Mitarbeiter muss das hier vernünftig machen. Sonst kriegt der hier Bananen-Klatscher. Ein paar Würstchen hat er schon fertig. Fisch. Und Fisch. Aber die Sonne sind nur. Machen wir weiter zu. Mh, lecker. Schmeckt. Ist das gut? Adria hat angezogen, Kai. Und da ist Patry. Patry. Da ist Alan. Ich ess halt wirklich komplett. Ja, nein. Ab jetzt was? Ab jetzt in Ruhe lassen. Nur noch essen? Hallo, einmal alle gleich in die Kamera winken und lächeln. Da haben wir unseren Instagram-Vlogger. Doch, poste. Doch, poste. Poste, poste. Wie geht's euch, ihr meinten, Sina? Poste, poste. Poste, 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 poste. Das ist ein Sehntchen, ne? Boah, das will ich gar nicht eigentlich. Doch, das muss man jetzt essen. Wow, Alan ist schon drinnen. Geh auf, bei Essen Alp zu filmen. Wir warten auf Lisa eigentlich. Digga, wo ist denn Lisa? Ich habe Lisa gepickt. Die Arme, ja? Ich muss erst noch mal eine Spannung. Ich frage mich auf Nudelsalaten, bevor ihr macht Saturnfisch rein, Digga. Welcher Mensch ist Nudelsalaten? Oh, du bist eigentlich der das nicht isst. Digga, ihr seid richtige Satanisten, Digga. Geh auf den Weg. Schmeckt das? Ahlans Teller können wir kurz zeigen. Wie? Schmecken die? Ich habe die noch nie gegessen. Sag noch, los geht's. Noch nicht. Ach, sein Teller ist lecker. Hat ihr da was in seinem Glas drin? Nein, hey, wo ist denn Wodka? Ich habe alle eingeladen. Ich würde auch sagen, ich glaube Patricia hat alle eingeladen. Ist sie jetzt der Macher? Okay, wir fangen jetzt an zu eaten, meine Freunde. Ich würde noch einmal kurz die Runde gerne aufnehmen, wenn alle einfach dran sind. Egal, auch wenn nicht. Und danach gehe ich, glaube ich, auch offline. Und wir sehen uns dann einfach. Später. Wow. Vielleicht später, vielleicht erst Sonntag. Lisa ist wieder da. Boah, Lisa, die haben dich vermisst, das muss ich sagen. Ich habe sie auch vermisst. Guten Appetit, ich danke euch. Dankeschön. Auf jeden Fall. Ops, Kamera. Ops. Auf jeden Fall, ey. Wir lieben euch alle. Hört euch. Einen schönen Tag. Wir leben mit Venente. ENTERTITELUNG Deutschland